Gut, bleibt ja nur noch der Joker und ich wollte ja noch über offene Enden sprechen, die Arkham City hat und zwar, nee, wisst ihr was? Nee, das machen wir ganz zum Schluss, weil eines der offenen Enden, beziehungsweise zwei der offenen Enden tatsächlich sogar, habe ich euch nämlich noch gar nicht gezeigt. Da müssen wir dann nochmal drauf zurückkommen. Also, kommt jetzt hier noch, richtiger Name unbekannt, ja, im ersten Batman-Film damals von Tim Burton hieß er ja Jack Napier, aber das war ja gar nicht sein echter Name. Also, in dem Film schon, aber in der Comic-Kontinuität nicht, weil wir wissen tatsächlich nicht mit absoluter Sicherheit, wie der Joker überhaupt entstanden ist und wo der herkommt und wer der vorher war. Es gibt ja diese berühmte Geschichte mit Red Hood, der Red Hood Gang, dass er der Anführer der Red Hood Gang war, die Batman aufgehalten hat und in diesem Chemiewerk dann diesen Unfall hatte und in diese Chemiegrütze gefallen ist und dabei ist dann halt der Joker entstanden. Das ist so die gängigste Entstehungsgeschichte für ihn, aber nicht mal das, nicht mal, dass er das wirklich war und dass das wirklich mit ihm passiert ist, wissen wir mit absoluter Sicherheit. Es ist nur eine Vermutung, die Batman geäußert hat, unter anderem. Aber wie der Joker selbst mal so schön gesagt hat, wenn ich schon eine Vorgeschichte haben muss, dann wäre es mir am liebsten, sie wäre Multiple Choice. Hallo? Ist da jemand? Keinen Sinn für Humor. Eher der starke, stille Typ, hä? Glaubst du, du bist hinter der Maske sicher? Gib mir 20 Minuten und einen Dosenöffner und du wirst heulen wie ein Schulmädchen. Gefällt dir vielleicht sogar? Das reicht, Patient. Wache. Gehen Sie. Ja, Sir. Guten Tag. Mein Name ist Professor Hugo Strange. Und wer bitte sind Sie? Two-Face. Catwoman. Batman. Dieses Spiel spielen wir, solange Sie möchten. Klasse. Ich spiele gern. Aber nicht in meiner Einrichtung. Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit ein Geschäft anbieten. Ich bin im Bilde über Ihren Zustand. Das Einzige, was Sie nicht haben, ist Zeit. Ich könnte Ihre letzten Tage etwas angenehmer gestalten. Und im Gegenzug dafür willst du... Ich will Sie studieren. Ich möchte wissen, wieso Sie der sind, der Sie sind. Ich sterbe bald, Doc. Man braucht mehr als Psycho-Hokuspokus, wenn man herausfinden will, was genau mit mir nicht in Ordnung ist. Oh, ich habe mehr als das. Viel mehr. Und? Sind wir im Geschäft? Wie fühlen wir uns denn heute? Du hattest mir eine andere Ärztin versprochen, Strange. Vielleicht hätten Sie die von letzter Woche nicht umbringen sollen. Wieso haben Sie es getan? Fische brauchen Wasser. Vögel die Luft! Außerdem war allein Ihr Gesichtsausdruck es schon wert. Wobei mir einfällt, ich glaube, ich habe noch ein Stück von ihr in der Tasche. Sie stellen meine Geduld auf die Probe. Sie war bereits die dritte, die getötet wurde. Schick neue her, Doc. Ich versuche, meinen Rekord zu brechen. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie was für mich tun. Raus damit, Doc. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Erklären Sie mir, wie Sie zu dem wurden, was Sie heute sind. Wieso Sie vor mir sitzen und so schwer krank sind. Mehr nicht! Man könnte sagen, dass ich einen echt miesen Tag hatte. Wirklich? Ich höre. Es war Donnerstagabend. Die Dinge liefen sehr schlecht. Noch drei Tage, dann wollte die Bank mein Haus finden. Die Chemiefabrik, in der ich gearbeitet habe, plante die Hälfte ihrer Mitarbeiter zu feuern. Ich saß im Krankenhaus, hielt die Hand meiner schwangeren Frau und betete zu Gott, dass sie nicht tot sei. Das alles war sicher sehr verstörend für Sie. Ja, vermutlich. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nur, dass ich die Männer vom alten Falconer in die Fabrik lassen musste. Sonst hätten sie mich auch getötet. Es war also so. Ich musste mich entscheiden. Konnte ich ohne sie leben? Hatte dann alles noch einen Sinn? Ich muss zugeben, ich hatte Angst. Natürlich nicht davor, tot zu sein. Jeder hätte Verständnis für diese Angst. Das ist vollkommen normal. Sehe ich normal aus? Nein, ich hatte Angst vor dem, was vor dem Tod passiert. Wenn man nicht weiß, was als nächstes geschieht. Wenn man sich verzweifelt und mit glitschigen, blutverschmierten Händen an sein Leben klammert. Also traf ich dort eine Entscheidung. Und die lautete wie? Nun, nun, Strange, die Geschichte erzähle ich an einem anderen Tag. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Schick mir einen. Erzählen Sie mir vom Abend, als Ihre Frau starb. Nein, Hugo. Soweit ich weiß, wolltest du mir doch einen anderen Arzt schicken. Wir beide wissen, dass ich bereits drei Ärzte geschickt hatte. Hattest du? Ja. Eine wurde zerstückelt in meinem Büroaufzug zurückgelassen. Die anderen beiden wurden, seitdem sie bei ihnen waren, nicht mehr gesehen. Wie furchtbar. Hör zu, Doc. Professor. Okay, Professor. Ich werde dir was erzählen. Ich hoffe, du schreibst mit. Es ist der Tag danach. Ich stehe im kalten Regen, starre auf die Chemiefabrik und fühle mich abgestumpft. Jenny war tot. Es ist alles irgendwie unfassbar. Ich konnte mich noch an unser erstes Treffen erinnern. Ihr ansteckendes Lachen, als ich ihr einen schlechten Witz nach dem Anderen erzählte. Obwohl sie mich armseligen Tropf bereits länger kannte, wollte sie Kinder von mir. Und dann kamen sie. Das Leben versetzte mir einen weiteren Tritt. Falkones Mann sagte, dass ich's nicht so schwer nehmen soll. Er sagte, es könnte schlimmer sein. Ich fragte, wie denn? Er packte mich am Kragen. Er hatte Knoblauch gegessen und stank, während er sprach. Er drohte damit, dass er mit einem Nagel und einem Ziegelstein eine Rachen-OP bei mir durchführen würde. Kreatives Kerlchen. Sie gaben mir eine Kiste. Ich weiß noch, dass sie schwer war. War es eine Bombe? Eine Waffe? Ich hatte noch nie eine Kanone benutzt. Sind die so schwer? Und was war in der Kiste? Was ist mit dem anderen Arzt? Ich schick ihnen einen. Wenn du das tust, erzähle ich dir den Rest. Sie sehen schon wieder etwas besser aus. Es gibt gute und schlechte Tage. Aber ich versuche, jeden mit einem Lächeln zu beginnen. Wollen Sie mir den Rest der Geschichte erzählen? Wieso nicht? Wo war ich gleich? Die Kiste. Ah ja, die Kiste. Ich hab die Kiste aufgemacht und mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber darin waren nur ein Umhang und eine komische rote Kugel. Ich dachte, dass sie mich verscheißern wollten. Aber nein, nein. Ich musste es anziehen. Sie sagten, es sei eine Verkleidung, die mich schützen würde. Das Zeug stank nach Knoblauch. Und das war's auch schon. Ich war wie ein Astronaut verkleidet, konnte kaum was sehen und versuchte, in den einzigen Laden einzubrechen, der mir einen Job gegeben hatte. Hast du dir schon mal ein Goldfischglas aufgesetzt und bist in der Gegend rumgelaufen? Willst gar nicht wissen. Ist schwierig. Ich konnte nicht sehen, wo ich hinlaufe. Ich musste den Alarm ausgelöst haben. Dann hörte ich Schüsse. Ich bekam Schiss und wollte abhauen. Und dann sah ich ihn. Wen? Batman. Wirklich? Ja, wirklich. Batman hat versucht, mich zu schlagen. Ich wollte ausweichen und... Na ja, du musst bedenken, dass ich diese riesige Kugel auf dem Kopf hatte. Ich muss gestolpert sein. So ist das Leben. Den einen Tag läuft's beschissen, den anderen Tag stirbt dafür die Frau und du hängst über einem Tank voller neuartiger Chemikalien. Ich bin mir sicher, dass er mich retten wollte. Aber das hat ja wohl nicht geklappt. Ich fiel. Einen Moment lang dachte ich, dass ich daneben gefallen sei und Glück gehabt hätte. Ich nehme an, dem war nicht so. Sehe ich aus, als hätte ich Glück gehabt? Hm. Ja, für all diejenigen, die diese Geschichte interessiert, ich, äh... Die kann man in den Comics auch nachlesen. Und zwar... bin ich mir relativ sicher, das Ganze heißt The Killing Joke. Was übrigens auch die Geschichte war, die aus Bad Girl Oracle gemacht hat. Für all diejenigen, die wissen, was das bedeutet. Gut. Aber hier sind wir soweit fertig. Jetzt haben wir noch zwei Sachen, die wir zu erledigen haben, bevor wir hier wirklich einen Schlussstrich ziehen können. Und zum einen... Muss ich nochmal zurück ins Gerichtsgebäude? Denn dort erwartet uns noch eine Botschaft. Ach, wir können uns doch nochmal ein bisschen prügeln, wenn wir gerade hier sind. Wir kommen in Arkham City. Eine Freakshow mit den Ausmaßen einer Stadt. Es ist Batman! Zack. 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 Und... Zack! Da ist noch einer. Batman! Es ist Batman! Na, 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 na. Batman! Puff und au. Hui. Äh, ja. Nochmal. Hui. Äh, ja. Nochmal. Hui. Vorsicht! Batman ist hier! Und zack! Und zack! Und kapp! Pauz! Die Fledermaus tritt die Jungs zu breit! Tötet ihn! Oh, der hat uns mit seinem Messer doch tatsächlich erwischt. Und fang! Au. Ne, hier, fang! So. Den wollte ich machen. Okay, aber eigentlich wollten wir ins Gerichtsgebäude. Wie gesagt, da wartet noch eine Nachricht auf uns. Und dann ist in diesem Spiel noch eine weitere Nachricht versteckt. So. Wollen wir nochmal gucken, was unser guter Freund, äh, wie heißt er? Mr. Day. Also unser Calendar Man hier unten treibt. Puch. 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 Der Calendar Man hat sich verabschiedet. Er hat uns seine Geschichten erzählt. Und das neue Jahr steht vor der Tür. Also zumindest hier in im Arkham-Universum. Wer weiß, wann wir ihn wiedersehen. verdammt nochmal, diese Husterei geht mir auf den Sack. Oh, falsche Taste. Okay, eine letzte Sache ist noch zu erledigen. Und zwar müssen wir zu diesem Schiff hier. Denn dort ist ja furchtbar. Entschuldigung. So, und zwar erwartet uns dort ein letztes Geheimnis. das ist das nicht wahr, ey. Moment. Schaut mal. Oh, warum muss ich denn jetzt? Boah, ey, Verzeihung. Die ganze Zeit ging's gut. Na, während wir uns da die die ganzen Audiobänder angehört haben. Und jetzt, kaum muss ich tatsächlich widersprechen, kommt ja ein Hustenanfall nach dem anderen. Das ist einfach zum Kopf. So. Und zwar erwartet uns hier ein letztes Geheimnis. Ein Geheimnis, das in direkter Verbindung steht zu Arkham Knight. Deswegen machen wir das auch als allerletztes jetzt hier. denn wenn wir auf diesem Boot landen, können wir den kryptografischen Sequencer öffnen. Noch kurz gucken. Genau. Und wir können hier eine Tür mit einer Verschlüsselung öffnen. Und zwar das ist gar nicht so einfach, weil es sind nur sehr kurze Momente, wo diese Dinger da sind. Ich weiß, wie das Passwort ist, deswegen gucke ich gerade, wo das richtige Ding ist. Das Problem ist, also ich weiß, was es im Englischen ist das Passwort und Deutschen. Ich hoffe, dass wir das nicht geändert haben. Magnet. Gut, wir suchen erst mal auf der anderen Seite. Wo ist es denn? Toll. Befall für fossilen, ne, da wird es das nicht sein. Die Lands. Ich finde es nicht. Das sind immer wieder die gleichen Wörter, wenigstens ist das. Alter, wo ist das? Defekt. Das kann ja nicht wahr sein. Na gut, das ist wahrscheinlich, ich suche es mal, ich versuche es mal Würmerbefall. Irgendwo hier war doch Würmer, ne? Dattelbefall. Magnet. Wachen. Also die Wörter, die ich tatsächlich eigentlich als erwartet hätte, die waren tatsächlich noch gar nicht da. Wir werden Magneten, das ist doch Dattel, der Wurm war auch hier drüben irgendwo. Was wird abgelehnt? Das ist doch nicht wahr. Die Steuerung ist aber auch Delfin. Warum steht der Elter Teil? Teil. 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 Ich hätte wenigstens eins von diesen Dingern schon mal gefunden hätte hier. Ich kann ja schon mal sagen, im Englischen ist das Passwort für das Teil City of Fear. Das ist jetzt aber doof. Das ist auch total spannend für euch jetzt, ne? Ich habe gedacht, wir machen das jetzt schnell und dann ist gut. Das ist das eine Ding, was uns wirklich hier Schwierigkeiten bereitet, ja? Und es kommen ja immer noch wieder neue Wörter dazu. Den Einstellungen hier. Es sind ja immer wieder neue dabei. So viele verschiedene Einstellungen und nichts Nichts passt. Okay, versuchen wir es hier mal weiter. Tausche Schlüssel. Angler wird es auch nicht sein. Gut, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle jetzt einen Schnitt. Und wenn ich die dämliche Klappe aufgekriegt habe, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Ähm, wisst? Also, Leute, das Passwort, das wir gesucht haben, ist in der deutschen Version anscheinend Badge-Man-Bilanz. Was total dämlich ist und überhaupt keinen Sinn macht. Ist übrigens im Original City of Terror, nicht City of Fear. Und dann können wir hier runter. Wo sind wir hier? Kakerla. Jede Menge Kakerla. Spürt ihr sie? Könnt ihr die Angst spüren? Hahaha. Eine Lieferung für einen Dr. J. Crane. Biological Containment Vessel. Shipping Costs. Lebende Insekten für medizinische Forschungen. 15 Lieferungen. Na, mein Freund? Ich würde sagen, der ist vor Angst gestorben. Und wir wissen, Scarecrow ist immer noch da draußen. Wir haben damit das letzte Geheimnis von Arkham City aufgedeckt, das ich auch zum Abschluss zeigen wollte, gerade weil Arkham Knight ja eine Scarecrow-Geschichte werden soll. Und das ist so der schöne Hinweis darauf. Das erwartet euch im nächsten Spiel. Aber es gibt ja noch mehr lose Enden. Da wollte ich ja noch kurz drauf eingehen. Und zwar haben wir natürlich zum einen Asraels Prophezeiung. Ne, die Stadt wird brennen, der dunkle Ritter wird untergehen. Bla und blub. Und es ist inzwischen bestätigt, Asrael ist in Arkham Knight. Also, denke ich, werden wir da eine Fortführung der Geschichte haben. Ein weiterer Charakter, ähm, der immer noch, ja, ich will mal sagen, frei ist und um den wir uns noch kümmern müssen und von dem ich hoffe, dass das ebenfalls in Arkham Knight geschieht, das ist natürlich Killer Croc, den wir ja in der Kanalisation kurz getroffen haben, hier in Arkham City. dann eine Sache, wo sie garantiert drauf eingehen werden, weil das ist dieses Setup, das war einfach so absolut Fortsetzung folgt, wir kümmern uns später darum, äh, das war Hush. Ne, dieser, dieser Identitätsdieb, der hier, äh, die, die, die Haut von den Gesichtern von den Häftlingen hier abgezogen hat, um sich ein Gesicht zusammenzubasteln, das so aussieht, wie das von Bruce Wayne. Bin gespannt, was daraus noch wird. Ich hoffe, in Arkham Knight erhalten wir da ein paar Antworten. Dann haben wir natürlich Calendar Man. Calendar Man ist entkommen, er ist wieder frei, er ist da draußen unterwegs und, äh, Calendar Man ist tatsächlich ein Charakter, der ja bis jetzt in allen Arkham-Spielen dabei war und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das in Arkham Knight dann nicht der Fall sein sollte. Dann haben wir natürlich Scarecrow. Bei Scarecrow wissen wir ja, dass es weitergeht. Das ist ja schon bestätigt worden. Und natürlich die ganze Geschichte mit Batman und dem Joker und wie kommt Batman damit zurecht, dass der Joker tot ist. Ist der Joker wirklich tot? Oder wird er in Arkham Knight wieder den gesamten Plot an sich reißen, wie er es bis jetzt in jedem seiner Spiele gemacht hat? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich schon tierisch auf Arkham Knight. Bald geht's los. aber bevor wir uns hier mit dem neuesten Batman beschäftigen, der, ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video hier veröffentliche. Kann sein, dass der sogar schon draußen ist. Vielleicht aber auch noch nicht. Aber er kommt auf jeden Fall bald. Er kommt im Juni. Ich bin schon so tierisch gehypt drauf. Ja, aber bevor wir uns damit beschäftigen, steht noch ein letztes Kapitel in der Geschichte von Arkham City auf dem Programm. Denn Harley Quinn nimmt Rache. Und damit geht's dann los in der nächsten Folge von Batman Arkham City. Das DLC Add-on Harley Quinn's Revenge. Und endlich, was ich euch ja schon relativ am Anfang des Spiels versprochen habe, da wird's dann endlich Realität und wir schlüpfen in die Haut des dritten spielbaren Charakters in Arkham City. Ich hoffe, ich sehe euch dann da wieder. Der Batman wartet auf euch. Bis dann.